die psychoneuroimmunologie ist eine recht junge wissenschaft im vergleich zu vielen alten wissenschaften die es schon seit über 1000 jahren gibt ist pni eine wissenschaft die etwa 30 40 jahre alt ist der nachweis dass psyche nervensystem und immunsystem sehr eng miteinander korrelieren zusammenarbeiten ist von einem amerikanischen wissenschaftler erbracht worden indem er ein interessantes experiment machte er fütterte hunde mit einem mit einer substanz die das immunsystem herunter fährt also supprimiert ein immunsuppressivum parallel dazu gab er den tieren süßstoff dieser süßstoff war völlig inert und tat den tieren gar nichts er konnte natürlich zeigen wenn er das immunsuppressivum gab dass das immunsystem geschwächt wurde bei diesen tieren das konnte in der labordiagnostik nachgewiesen werden nach einer gewissen zeit etwa zwei wochen setzte er das immunsuppressivum ab und gab den tieren nur noch den süßstoff normalerweise hätte sich jetzt das immunsystem erholen müssen es tat es aber nicht es blieb immunsupprimiert weil hier ein zusammenwirken zweier völlig unabhängige substanzen eine rolle spielte und hier sozusagen der süßstoff als ein trigger als ein informationsträger das immunsystem supprimierte obwohl das immunsuppressivum gar nicht mehr dabei war wir können das vergleichen mit der konditionierung der sogenannten pavlovschen hunde ein hund das wissen wir im täglichen leben wenn ich dem futter anbiete dann läuft der speichel sofort der tropft richtig und pavlov hat in seinem experiment hunden parallel futter angeboten und ein glöckchen geläutet nach einer gewissen zeit reichte das läuten des glöckchens aus um den speichelfluss bei den hunden hervorzurufen was lernen wir daraus psyche nervensystem und im falle des ersten experimentes auch das immunsystem seit eng miteinander verdrahtet kommunizieren miteinander und das ist grundlage von pni einer wissenschaft die viel zu wenig bisher in unserem täglichen nachdenken noch eine rolle gespielt hat aber in der letzten zeit wie ich finde den vordergrund gekommen